hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Campbell ich bin euch für die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel zu Lords Mobile. Ich starte das Spiel, voll betreiben, bisschen warten, kommt wer da ist und ich probiere mir die Tagesquiste zu machen, die Dailies, ja und das war es ja dann auch schon. Ok, da sind wir. Genau, da waren wir letztens stehen geblieben. Hm, hm. Oh, you're no fun. Interessant. Oh, you're no fun. Oh, you're no fun. Oh, das gehört schon gar nicht zu Daddy dazu. Oh, das ist ja gar nicht. Let's go for a hunt. That last spell, don't call back. Justice is served. Oh, you're no fun. Justice is here. Oh, you're no fun. Oh, you're no fun. To do. A glorious victory. Not bad. Very well. Fountain of the round. Und. Und. Fountain of the round. Life is far more terrifying than death. Ja? Apoi. Öffne eine Kratis-Trube. 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 Und das war's noch schon. Kratis-Trube. Kratis-Trube. Am 18. Februar. Okay. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Das war's. Also da kann ich mal nur ein Lohschicken leiden. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Okay. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Das war's für heute. Also, ab sieben Minuten war das. Na, der geht noch. Dann machen wir hier weiter. Oh, der kann nicht kämpfen. Hätte ich das gewusst. So ein Mist. Dann shoppe ich das so schiefe. Oh, der schießt das ja, aber der Trappler weg ist das, was er nicht hier kämpfen kann. Oh, der schießt das. Oh, der schießt das. Oh, der ist wieder da. Oh, der schießt das. Das weiß ich, kann den nächsten. Der nächste abfahren. Oh, der schießt das. Oh, you're no fun. Interesting. Justice is here. Justice is served. Piece of cake. A glorious victory. I'm going to go out. And... Na, das geht fast schon. Zupi zupi Life is far more terrifying than death Okay Auf die Map gehen, ich habe jetzt Steine geholt Jetzt Das ist eine Rolle, die ich weiß Ich bin immer noch nicht, ich habe das Okay. Okay. Oh, diegau. Oh. Städtigen. So. Okay. Jetzt gehe ich gerade nahrungsam. Schön. Dann haben wir das dann auch gleich fertig. Dann gehen wir wieder an Burg rein. Ein Geschenk abholen. Ja. Was wollte ich machen? Hier. Das wollte ich auflemmen. Jo, das geht auch noch. Der nicht mehr. Das kann ich noch auflemmen. Und weiter geht es nicht. Weiter geht es nicht. Die letzte fünf Sekunden. Ich habe noch 100 Gold sammeln. 3000 Erz. 3000 Holz. 3000... Ich habe doch gerade schon mal 3000 Holz gesammelt. Ich muss noch mal ein paar Kaisertruppen trainieren. Ich habe noch mal ein paar Kaisertruppen. Ah ne, ich bin hier überhaupt trainieren. Oh, den kann ich noch. Die Mauer. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Und der Turm. Ja. Der geht auch noch. Nice, nice, nice. Dann nicht mehr. Also hier ist ein Freischalten in der Akademie. Oh, ist soweit unten. Ab Level 10 natürlich. Also dauert noch ein bisschen. Dann kommt noch Holzproduktion und Forschung. Said Schücel. Wechsel werden im Kopf. Statt war erstmal nur zwei Minuten. Gut, dann... gehen wir hier wieder rein. Die eine ist wieder zurück. Interessant. Justice ist hier! Wir haben hier auch wieder zurückgegeben. Wir sind hier im Kopf. Ich bin hier. Wir wollen hier ein. Aber wir wollen hier. Wir wollen hier. Wir wollen hier. Wer könnte das? Wir wollen hier nicht mal. Wir wollen hier in den nächsten Jahren. Wir wollen hier. Wir wollen hier. Da muss ich noch mal rein. Das waren nur zwei Sterne. Die Gilding-Quest abgeschlossen, also gut. Vielleicht mal abholen. Ja. Machstife ist hier! Glaube, du Kind! Ha... Kinder hier haben. Fänz eine andere Runde. Ja, vai! Oh ok, jetzt kommt die Eiskönigin dran, finde ich die nicht auch gleich. Ich meine, ich bekomme die gleich, ich weiß jetzt nicht ob wir jetzt noch oder nachher. Ok, aufhabe, ich sehe bestimmt süße. Oh, ich sehe bestimmt nicht mehr Spaß. Interessant. Justice ist hier! Justice ist served! Interessant. Ich habe die Eiskönigin gesehen, super. Die Neuheit, die Eiskönigin. Gut. Noch 6 Ausdauer, dann habe ich das auch fertig. Gekreisertruppen. Das ist aber auch dröhend. Gekreisertruppen. 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 Für Kinn und Land. Gekreisertruppen. Gekreisertruppen. Jetzt müssen wir noch Holz holen. Holz 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 da ist holz wie dem anderen wir nehmen die hier genau bestätigen auf 3000 runter und letzte. So die wird jetzt holz. Und ich kann jetzt in Ruhe nochmal. Wie teuer ist das immer wenn ich hier einen Kampf mache, also wieviel Energie? Ich hab 91 Energie. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Das war's für heute. Blimey, du verdammt! Awe, du bist nicht Spaß! Eine glöriere Begründung! Fantinna der Runde? Let's go for a hunt. Aw, you're no fun. Oh, you're no fun. Interesting. Kids these days. Super. Das war's. A glorious victory! He's a pink! Hm, die kriege ich nicht. Oh, sie ist aufgeladen. Dann nehmen wir sie nochmal mit. Ah, das muss ich da sein. Bäh! Ah, das muss ich da sein. Bäh! 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 Wow, fast fertig. Welcome to my winter wonderland. Life is far more terrifying than death. There's no place safer than- Finally. A worthy opponent. For kin and country. Okay. Wow. Gut, gut, gut. Letzten Gange. Da ist nichts mehr. Gut. Oh, ich kann wieder einen. Gut. Dann werden wir erstmal wieder jemanden hochschicken. Äh, was für eine Quest habe ich denn noch? Hm. Guck mal. Gold war das, ne? Erz 3000 und Gold 1000. Das ist glaube ich jetzt. Genau. 3000. Nein. Nein, nicht mit dem. Nein, nicht mit dem. Nein. Dann wird die mehr. Ja. Dann wird die mehr. Ja. Dann wird die mehr. Ja. Dann wird die. Bestätigen. Ja. Wenn ich die mitnehme doch auch zu lange. Ja. 5 Sekunden länger. 3. 5 Sekunden länger. Mit dem. 3. 3. 3. 4. 4. 3. Okay. Oh, jes. Tresor auf Level 4. Lass mal wegdrücken. Gut. Gleich haben wir es geschafft. Also das können wir schon mal nicht machen, weil die Leute nicht online sind in der Gede, in der ich bin. Ja. Da kann ich ja sowieso nichts machen. Und hier würde ich noch den dritten Stern holen, aber da ist nur die. Die vier haben, würde ich den dritten Stern wahrscheinlich nicht bekommen. Ich würde trotzdem durchlaufen, vielleicht wird sich meine Eisgründen ein bisschen verbessern. Interessant. Justice is served. Justice is here. Ich nehme mal ein Stück Wasser so lange. Ich nehme mal ein Stück Wasser so lange. Ich nehme mal ein Stück Wasser. Oh und die haben hier mit drei Sternen zu önemli. Lecker der Wing começa mit drei Sternen zu erwünschen. er ist auch wieder da, gut, dann gehen wir zurück ich kann jetzt noch 100 gold holen, wenn ich das irgendwo finde gold, gold, wo ist hier gold das sind erze holz, stein ressourcen, erze, holz, stein, erze kein gold, weiter breit was ist das hier, gold ich brauche jetzt nur 1000 gut 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 jetzt müssen wir kurz warten bis ich das gold abgeholt habe das wird wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen gut dann forschung hat nichts zu tun dann forschen wir mal bautempo, nein das geht noch nicht ok dann forschen wir halt, warte mal verteidigung ist doch auch wichtig auch so, level 5 ist das ja jetzt Da komme ich nicht weiter, das zeige ich mitgemalt. Jetzt mache ich gerade eine andere Forschung. Na ja. Das Gold ist schon fertig, zack, alle Dages abgeschlossen bis auf die eine. Die ich ja nur abschließen kann, wenn ein paar Leute online sind, die gerade was ausbauen wollen. Gut, dann, und was ist das auch schon für heute? Heißt das denn auch was? Auf 19. März? Ach ja. Gut, das war es dann für heute. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Erstmal Spiel beenden. Ticket holen. Eine Minute warten. Zack. Ticket holt. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Irgum. helo. Untertitelung des ZDF, 2020